Sonst habe ich im Aufschlag-Rückschlag eigentlich immer Vorteile gegen ihn, heute hatte ich glaube ich keine Vorteile. Dazu habe ich mich auch nicht so wohl gefühlt, war ein Tick müde jetzt nach den beiden Tagen, weil es auch immer irgendwie abends dann erst richtig los ging und da dann immer Schlag auf Schlag, aber er war einfach sehr gut und ich kann hoffentlich noch besser spielen. Also wenn ich 1-3 hinliege, dann wird es sehr sehr schwer, dann kriegt er noch mehr Oberwasser. So war es für mich auch mental, ich war in so einem kleinen Loch gewesen, warum auch immer konnte ich mich einfach nicht so gut konzentrieren und Rossi hat mir dann auch immer angezeigt, Brust raus, du bist ein großer Typ, zeigt die Muskeln und das habe ich dann zum Glück wieder hinbekommen und das hat es dann heute auch ausgemacht. Also spielerisch geht es sicher noch besser, aber einfach die Körpersprache dann war dann wieder gut. Musik 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 Musik